Hallo und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Devil May Cry. Und es geht gleich weiter mit der Playtaste hier. Oh, ich hab ja so ne heftige Waffe. Geht's nicht mehr rein? Hallo? Ah. Ohhhh. Warum schreibt mir jeder, wenn Devil May Cry spielt? Sonst schreibt mir keine Sau! Oh no! Come here! Ahhhh. Who is that? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! Oh no! Ziemlich gut zu sein, Alter. Meta. Au. Der ist in der Nähe. Er ist in der Nähe. Arsch Wieso kann ich den nicht töten? So, da oben ist der nächste Fight Silberschlüssel haben wir nicht genug Eine Statue Ich kann einen Gegenstand holen So 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 eine schande dass du nichts zu sehen kannst sie gegen dich heult willst du wissen wie sie klingt ein bisschen wie deine mutter als moni und sie das herz herausgegessen und zerschlungen hat dieses spiel ist außen vorbei oh bring diesen labrigen dämonen arsch hier runter in ordnung ok kleines ja wie mann und huhr ach schon die sechste runde na komm her jawoll blutwüter das ist ein ganz anderer ah jetzt versteht den kann ich nur sehen wenn ich die waffe aufgerüstet habe ich erledige erst einmal die waffe für stärker ich erledige erst einmal die waffe für stärker ja 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 na komm uuuh uuuh uuh uuh uuuuh uuuuuh uuuuuh Du bist dran, Schätzchen. Och, Menno. Tja, was mache ich jetzt? Immerhin, der Pfad ist ein bisschen kurz geraten. Aber ich denke mal, ich starte gleich sofort schnell hintereinander, da ich ja gegen diese Bitch kämpfen werde. So ein Endkampf. Du bist dran, Schätzchen. Ja, genau auf so eine Gelegenheit habe ich gewartet. Komm schon, Baby, machen wir Papa stolz auf uns. Ja, genau so, kleines Zeit zum Spielen. Weißt du, ich habe mich schon lange eingeengt gefühlt. Ja, genau so. Das ist mein Angesinn. Ich weiß nicht, dass nur die eigene Mutter liegen kann Was zur Hölle? Das Auge! Ah! Ah! So! Ah! Ich kann ihn so nicht erledigen! Wo versteckst du dich Lilith? Na komm! Was ist O? Komm schon raus! Ja! Nein Baby, zieh mich rein! Zieh mich wieder rein! Ihhh! Ihhh! Ist das so eine Art! Ist das so eine Art! Alter! Ey, was verlangst du von einem Neugeborenen? Euhhh! So, und jetzt komm wir! Was zur Hölle? Ich seh nix mehr Wie, das sieht so eklig aus Aua Du machst mich krank Ach komm stirb doch endlich Wir dachten, dass er sich, dass die Mutter liebt, die kommandiert ihn ja voll rum Auaah 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 Oh und jetzt bist du fällig Komm Aus Lele Auaah Ja Ja Auaah 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 Bin ich nichts Dann reiß dich zusammen Lauf sie Danke, dass du dich gemeldet hast Mundus Tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte Bezüglich deines Angebots hätte ich ein Gegenangebot Das Leben des Mädchens Für das Leben deines Kindes Auaah 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 Boah, wie der ausrastet Na tja Aber auch gut So wie ich gedacht hab Ich schaff das noch in der Zeit Klar Was auch immer Tuss Stilpunkte waren Stil Fortschritt Auf Naja, wenn ich noch ein bisschen schneller gewesen wäre Dann hätte ich auf jeden Fall Moment mal Das ist ein SSS-Rang Wow Bester Rang bis jetzt Respekt Naja, auf jeden Fall Wir gehen dann Äh Nächsten Part Auf jeden Fall in die nächste Mission Ich freu mich schon drauf Ich hoffe ihr euch auch Also Bis zum nächsten Mal Bye bye Euer Zwinita